Die neue E-Klasse, sie macht alles intelligenter. Sie vernetzt uns intelligenter. Lenken, beschleunigen, reagieren. Alles wird intelligenter. Die neue E-Klasse, wir nennen sie... Geil. Also wir nennen sie... Masterpiece of Intelligence. Ihr habt viele Waffe mit betmenschen, bis der 디�� ₹. Wie für deine E-Klasse und die E-Klasse insgesamt. Vielen Dank.